und im zweifelsfall glaube ich halt tatsächlich ich könnte den auskaufen einfach mehr zahlen für die wohnung als der typ hat ja gut könnte es aber frage ist ob das sinn macht 80 quadrat 400 war okay ist nicht schlecht kann man lassen es hat dachschräge aber trotzdem das ist eigentlich geil für mich das das ist scheiße im spiel ich sehe vor mir ja mein mg schütze ist weg also die punkte abklappern hat das tut ich folgte mal über die weißen felder nicht genau wissen wir aber wissen noch gar nicht wo oder was wir wissen dass wir irgendwas auf der karte sind ja gezeichnet hat gerückt hat das ist nicht eingezeichnet sind denn selbst die waren die meinen gezeichnet ist wahrscheinlich weil es halten rate ist weiß man nicht genau wo sie sind kann auch sein gerade noch mal hallo wer schießt da auch auf mich zu viele wahrscheinlich wacker bist du bei deinem geht auch gott da gehe ich dauernd ja gerade fliegen halt voll nicht weit man scheiße man wo kam der her was was ist noch mehr bei dem fox team jetzt gott sei dank das war das man einfach von allen seiten beschossen wurde ich bin gerade irgendwie von irgendwo wieder gekillt worden niemanden gesehen wahrscheinlich der letzte team jetzt auch granate werf vorsitzenden haben granate granate werfer granate werfer wird noch zu viel sinn machen ok wo zu hell bin ich komplett am arsch der welt wahrscheinlich ganz am anfang warte und bis die kollegen da sind würde ich sagen vorpushen wo sei der uff rakete die mich zerrissen hat goddammit ich hätte kein anderes loadout ich glaub ok wo zur helle ist lebt ihr noch ne oder lebt noch ja oh der supply man ich hab's genau gesehen supply drop des todes südosten aber du lügst man oh god man kann sogar presets machen das ist geil feinde aber wo fenster links fenster an dem größeren haus das war erster stock da wird sich der sniper drin wenn ich es richtig sehe ich weiß welches haus überhaupt meint und also das halbe dach fehlt irgendwie das ist ne rakete oh shit man hat nicht gelogen warte hat mich fast zerrissen also nur ob wir beide uns besten hast oder was da hat dann unseren kratzer mitte nach vorne oh der hat mich gesehen äh rechts bei den vor dem haus ich ich hab endlich die fg gefunden alter was ist die fg dauernd jetzt kann der andere typ ist halt ein sniper aber jetzt hat kriegt halt voll nichts hin der hat gerade zugeguckt wie du den einen mit der smg gekillt hast in die entferne gore snapper bro oh jesus wenn du keine hast ne monst du hast standard weiß ich eine ne ich hab eine pistole dafür da lag mein todokopper da lag eine muss man gucken vielleicht liegen auch gerade nach oben gegner welche hoffentlich man hoffentlich es ist ein hochjagerdinger was ich Sachen hochjagen muss binox kann ich mir mitnehmen oh gott oh gott okay äh äh lass mal gucken da ist der freund da ist der fuck okay kann sie nicht alleine was machst du denn was macht der kollege siebenmal er hat eine granate gehabt hat aber eine aufgenommen wieder also noch überleben bis das ding hoch geht hat er getroffen überhaupt guckt ja nicht hin guckt ja nicht hin und sieht nicht ob es brennt er kann auch drauf schießen das sind fuel dumps ach es war ein fuel dumps ah ok ja gut siehst du an den bildern das icon ok wenn es stimmt er ah stimmt ja bis hin gab es immer in diese Weapon caches musstest du die granaten benutzen zwei stück sogar ok es hat nichts gebracht du musst halt mehr du kannst drauf schießen du musst halt mehr drauf schießen als schieß doch drauf nehmen wir das nächste support man der ist gleich draufgelativ kann er glaube ich nicht lesen wenn es bisher so ist wie es da gesehen er smoke nicht ich hab vorhin eine geworfen die ist im baum hängen geblieben ah geh doch näher ran ok ok die war gut die war wirklich ok nice nice fuck good job boy kann er sich fahren oh nein leider nein das ist nicht battlefield ich glaube einfach mal die straße hier lang das ist ja eine von den certainty maps wo der in der mitte so ein fluss war die erinnern mich mich erinnern einige maps an insurgents die maps nein nur mit schnee ja und allgemein ein bisschen zweiter weltkrieg wohl weihnachten ja das stimmt ja weniger terroristen was wir noch south south east hat er gemeint beuten hier in der mitte auch aber ich habe ich habe auch was abgekriegt das ist ein bisschen krass genau das deswegen dachte ich wollen dass das ist einige nicht wort sind aber auf dem lade screen stand drauf dass irgendwie elite gegner gibt ja immer die beste sind aber sie haben sie aber einfach die parameter von den bots gemischt manche sind krass manche sind die meisten sind scheiße aber ein paar sind echt übel das habt ihr den funk schon mal gefunden zumindest nein okay ok bei dir schießt es natürlich siebenmal daneben oh god krieg sofort den headshot und das beste noch mal wieder okay okay pick up nate fand ich weird so kriege ich die meisten devs bin ich der einzige der zweimal gestorben ist wohin war ich da habe ich den gekriegt wird einmal da für einen pink von fünf habe ich gar nicht mal so schlecht